Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder zum Channeling Deep Dive Thema. Diesmal geht es nicht um das fantastische Webinar, wo es um Entmystifizierung oder eben auch um so Themen geht wie Erinnere dich an dich, was heißt das eigentlich? Sondern es geht darum, dass ich dich entführen möchte in ein Bootcamp, nämlich dorthin, wo du eine Woche lang eintauchen kannst in deine Erinnerung, wer du eigentlich wirklich bist. Und dazu erzähle ich dir gleich mehr. Ja, du hast es gehört, die Hüterin der inneren Wahrheit, das ist jetzt einfach erstmal ein Titel, aber vielmehr ist es die Begleitung, die ich dir anbieten möchte, dich an dich zu erinnern. Denn der Mensch zu werden, der du eigentlich wirklich bist, das mutet vielleicht in dir an, dass du vielleicht ein bisschen struggelst und denkst, was will sie denn jetzt genau? Ich weiß doch, wer ich bin. Bist du dir da sicher? Weil wir Menschen sind ja auf dieser Erde irgendwann gelandet, vielleicht sogar vom Gefühl her gestrandet. Vielleicht hast du das Gefühl, nicht immer richtig am Ort zu sein, nicht richtig verstanden zu werden. Vielleicht auch das Gefühl, dass die Menschen nicht deine Sprache sprechen oder dass du irgendwo falsch abgebogen bist oder falsch abgeliefert worden bist. So oder so gibt es so ein Geschmäckle vielleicht in dir. Und es gibt vielleicht auch so Trouble-Momente, wo du das Gefühl hast, ich habe aber viele schräge Träume oder Déjà-vu-Erlebnisse. Und du erinnerst dich vielleicht an etwas, kommst aber nicht so richtig dran. Kriegst auch so eine Idee von etwas, so ein Gefühl, eine Größe und hast aber nicht so richtig einen Zugang dazu. Und genau darum geht es. Wir sind weise Wesen, die wir hier auf diese Erde kommen. Alle, die wir hier sind. Und dann kommen unsere Eltern ins Spiel. Dann ist es so, dass wir angefangen, anfangen zu lernen, wie dieser Körper funktioniert. Und dazu brauchen wir Eltern, dazu brauchen wir Helden, dazu brauchen wir Vorbilder, dazu brauchen wir auch vielleicht Stellvertreter unserer Eltern. Und wenn die uns zeigen, wie Leben funktioniert, zeigen sie uns ja ihre Idee, wie Leben funktioniert. Es hat wenig mit uns selbst zu tun. Und dann machen wir das nach. Und das machen wir ein Leben lang und suchen uns immer dieselben Systeme raus. Und ja, wir haben vielleicht Coaching gemacht, du hast vielleicht Coaching gemacht, hast vielleicht mal eine Therapie gemacht oder eben auch nicht. So oder so wirst du sehr, sehr viel davon leben, was dir vorgelebt wurde oder genau als Orientierungspunkt das Pendant dazu. Ja, und was hat das wirklich mit dir zu tun? Bist du das? Bist du das, die da oder der da aus dir spricht? Und genau diese Erinnerung wollen wir wieder erwecken, bevor diese Prägung angefangen hat. Also als du dich entschieden hast, hierher zu kommen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt ätherisches Wesen werden sollst und als Energiezustand hier auf dieser Erde schweben sollst. Nein, also das passiert ja früh genug, wenn du diese Erde wieder verlässt, dass du deinen Körper auch verlässt. Das wollen wir nicht herbei verzaubern, sondern diese Verbindung zwischen dir und deinem Sein schaffen. Also zwischen dir und allem, was zu dir gehört, deinem Wesen, deinem Verstand, deinem Körper. Und diese Verbindung zu schaffen, schaffen wir eben dann, wenn wir wieder mehr ankommen in uns selbst. Und dabei ist Channeling ein unfassbar wertvolles Gut. Das ist etwas, was wir alle können, aber leider haben wir nicht mehr alle den Zugang. Und somit ist es dann doch nicht immer etwas, was wir alle können. Und ich möchte dir dabei behilflich sein, an deine Erinnerung heranzukommen, an dieses Wesen und an all das, was dich ausmacht, was du hiermit hergebracht hast. Und da gebe ich dir hier einen wunderschönen Startschuss dafür, indem ich dir helfe, innerhalb eines Bootcamps in einer kleinen Gruppe, dich wirklich täglich mit dir eine Woche lang zu verbinden. Zu verbinden mit dir und deiner alten Weisheit, deinem Wissen, deiner Erinnerung an dich. Und so wird es so sein, dass wir in einer kleinen Gruppe eine Woche lang jeden Tag einmal eintauchen miteinander, mal abends, mal morgens. Die Zeiten sind festgelegt. Und du kannst dann unter meiner Anleitung, ich channel für uns, dann eben auch mit dir üben, in Verbindung zu gehen. Jeder ist mit sich verbunden. Du musst also nichts tun für irgendjemand anderen, sondern du bist mit dir und ich begleite. Und ich leite auch an, wie du dann selber mit dir üben kannst und eben auch das dann fortsetzen kannst an deinem Nachmittagabend oder dann eben auch nach unserem Bootcamp. Das bedeutet, in diesem Bootcamp erhältst du die Möglichkeit, dich mit dir zu verbinden und dich an dich zu erinnern, damit du viel, viel mehr aus dir heraus agieren kannst, als aus Mustern oder irgendwelchen Prägungen und Glaubenssätzen, die du von den wunderbaren Helden bekommen hast, die dich großgezogen haben. Ja, und wenn dich das interessiert, dann klicke bitte den Button für noch mehr Informationen.